Ich habe euch im Visier. Oh, 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 rauf, rauf, rauf! Aua, es hat auch nichts gebracht, rauf zu gehen. Wow. Oh, das ist halt einfach nur dumm. Oh, rauf, nein! Aua! Das ist halt echt dumm. Das ist halt immer übelster Damage. Ich bin trotzdem geplatzt, ob ich drauf bin. Nein, nein! Ah! Alter. Alter, das ist halt... ...menge Damage. Ey, ich kann halt nichts machen! Ich bin halt einfach One-Shot von allem! Wir heilen uns allen in den Kern. Dies ist keine Übung! Aber wenn ihr versagt, dann gibt's eine... ...Selval-Aus-Übung! Alter, das ist halt überhaupt nicht spaßig, Alter. Das ist halt einfach nur traurig. Die Wut steigt! Ey, warum geht das grad die ganze Zeit los? ...menge Grusel-Kabinett! Das ist ein Elektro-Kabinett, Alter! Ich bin ein Geheimnis! 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 Juhu! Wir haben's geschafft! Ihr müsst das Ding abschalten! Es ist abgeschirmt, aber ihr schafft es schon! Oh, der f- Oh, der f- Und tot! Mega-spaßig! Ich hoffe, wir müssen... Ach, danke! Oh, Gott! Dankeschön! Dankeschön! Wir müssen das nie nochmal machen! Ich weiß, wieso ich At-Up-Part nicht aufgespielt habe! Es ist anstrengend. Es ist sehr anstrengend. Ne, gestern. Wohl lieber. Das Monokel, oh mein Gott, sieht das cute aus. Oh Mann. Ich bin gerade komplett durch. Das geht gar nicht. Das ist schon eine Menge schwer. Ich gebe dir ein Ziel. Menge anstrengend. Oh Mann. Uiuiuiui. Anhören. Boop, boop, boop. Ähm. Ähm. Äh. Was ist das? Dieses Ding ist schwer gepanzert. Scheint dieselbe Medierung wie bei den Hologeneratoren zu sein. Boah. Mein Tiergefährte braucht Hilfe. Ja, nicht nur der Tiergefährte, ich auch. Ich bitte um Unterstützung. Tschüss. 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 Alter. Alter. Was geht bei dem Gegner ab, ey? The fuck? Ja, Menge näher hin. Ich bin gerade nur nah hingegangen. Aber okay. hör zwei von hoch. Du weißt zu grocery jetzt respekt Cysi. Das ouais mir klar ist auch nicht... In demnach... demnach... Dig penn. In demnach ... Teve... навy a war neces. Das withhat. Dasvestien passiert. Geh, Hayley hecho kh fazil. entgegen. Oh, es geht ab. So. Das ist nicht spaßig, dass es dann einfach sad ist. Oh mein. Oh Mann, mein Gott. Ich bin sogar schon zu dumm zum reden. Holy... Antage! Oh, weg, 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 weg. Und jetzt ausweichen. Oder auch nicht. Der Fokus beim Pet, das gefällt mir. Das ist doch nicht okay, dass der mein Pet fokust. Was müssen wir denn machen? Wow, wow. Wow. Wow, 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 wow. Warum trifft mich das über die Kack komplette Map? Wir heilen wie ein Wegen. Vielleicht war ich ja die ganze Zeit die Illusion. Vielleicht war ich ja die ganze Zeit die Illusion. Hm, ich würde da gerne hin, aber... gut, was ist... so, was ist das? Ich würde da gerne hin, aber... was ist das? Oh nein, was ist das? Ich würde da gerne mal hin, aber... Mein G-Gefährte braucht Hilfe. Puh, ausreichend. Keine Ausdauer mehr. Ich brauche Hilfe. Wir heilen die Einwesen. Oh, 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 okay. Da liege ich leider. Die fliegenden Zahnräder sind Fernkampfwaffen. Geht näher ran, sonst zermeimen sie euch. Mein liebes Pet, retz mich mal bitte. Ich kann wieder kämpfen. Danke. Wir heilen wie ein Wesen. Alter, ich bin gestunnt. Lass mich. Menge eklig. Einfach eine Menge eklig. Wir heilen wie ein Wesen. Mir geht's schlecht. Nutz. Geht mir Deckum. Wir heilen wie ein Wesen. Nutz. Wir heilen wie ein Wesen. Was gibt Recht? Stimmt, stimmt, stimmt. Nein, leider. Okay. Scheiße, es ist neuer gespawnt. Ist mein Pad da? Kannst du das bitte angreifen? Ähm, 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 okay. Aua, 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 aua. Aua. Nein. Aua. Aua. Der Gegner. Ich mag den Dunge nicht. Der ist sehr anstrengend. Oh man, das ist schon arg anstrengend. Oh man, sowas Anstrengendes hatte ich gefühlt noch nie. Oh man, das ist schon arg, das ist schon arg, das ist schon arg. Wow. Okay. Das ist halt gut, dass wieder alle liegen. Das ist nicht so toll. Das ist echt scheiße. Irgendwie dodgen die leider nicht, was problematisch ist. Alter. Ja, let's go! Alleine machen! Ausweichen! Oder nicht? Ja, wir müssen halt schon ein bisschen dodgen. Hm. Na gut. Ich glaube, es werden drei Parts. Das ist der letzte Boss, oder? Ich glaube, das ist der letzte. Was ist denn? Das ist meine Rüstung ausgeliebt. Gut. Ja. Kein Plan. Anstrengend. Einfach nur anstrengend gerade. Pfff. Hebron. Die Wut steigt. Ich verstehe nicht, warum die nicht dodgen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Sie wirken motiviert, nicht wahr? Ich weiß, wie sie sich fühlen. Ich schulde auch Scarlet was. Falls ich... Wenn ich sie finde, lasse ich es euch wissen. Ihr habt das Recht, sie fallen zu sehen. Und das wird sie. Dafür sorge ich. Bis dann. Wo versteckt ihr euch, Scarlet? Genauer gesagt, wo versteckt ihr eure Geheimnisse? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist zwar eine Menge anstrengend. Das ist eine gute Frage. Öffnet die fünf versteckten Älterdrohnen? Ja, aber... Ah, okay, jetzt ist sie offen. Da ist die Kiste. Ich kann die aber nicht öffnen. Enttäuschend. Kabuff. Ne, warte mal. Kabuff. Oh, jetzt. Während des Systemausfalls habt ihr die Möglichkeit und über den Kuck... Aua. Das war gemein. Geschafft. Ihr seid in mein Leben in ein Probium eingetroffen. Oh. Guck. Das einzige Geheimnis hier war eures. Zu mehr Glück beim nächsten Mal. So schade. Da habt ihr euch so angestrengt. Und nun ist mein einziges Geheimnis, das ihr hier erfahrt, eins, das ihr schon kennt. Oh. Dachtet ihr, es sei vorbei und ihr hättet gewonnen? Ich bin weit entfernt davon, geschlagen zu sein. Was seht ihr? Wie weit? Okay. Nochmals danke. Scarlet wollte mich offensichtlich in die Falle locken. Aber dass ihr mir Deckung gebt, damit hatte sie nicht gerechnet. Bitte sagt Gridlock nichts von meiner Gefangennahme oder Soja. Blasse Mutter, bewahre. Das müsste ich mir ewig anhören. Okay. So, was müssen wir denn hier machen? Wo ist das oben? Ich habe keine Ahnung. Wo ist das? Ich bin verwirrt. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Sind das die Schiffe? Oder nee? Doch. Das sind die Luftschiffe. Okay. Dann. Versuche ich das mal. Wo sind denn die Granaten? Granaten, wo seid ihr? Warte, ich renne. Ich muss da auf eurem Palast. Den Rest machen wir schon. Wenn ihr helfen wollt, könnt ihr natürlich gerne mitmischen bei dem Spaß. Wir sabotieren die Luftschiffe, die sie bauen, und ihre Maschinen, damit sie nichts Neues mehr bauen können. Dann treiben wir die Offiziere der Etherklingen zusammen und räumen mit dem Fußvolk auf, das sich nicht ergeben will. Wenn ihr Interesse habt, zögert nicht. Kommt mit und helft uns, es ihnen heimzuzahlen. Okay. Und wie? Ich will, aber ich weiß nicht, wie. So, gucken wir mal hier oben. Nee, da geht's. Doch. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube doch. Gut, ich mach dann wahrscheinlich daraus 30 Minuten Parts, also schneide ich die in zwei Parts. Aber. Ich bin verwirrt. Ich würde das jetzt gerne machen, aber ich hab keine Ahnung, wie. So, hier ist ne Kiste. So. Wie mach ich dat jetzt? Ich geh jetzt da hoch. Und dann... Da runter. So. Ich darf das... Das funktioniert nicht gut. Oder? Nö. Hä? Was muss ich denn hier machen? Ich bin verwirrt. Wie soll man denn auf die Schiffe rauf? Mit bla 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 auf den Luftschiffen. So. Wie soll ich denn da drauf? So. Da komm ich ja gar nicht rauf. Da bin ich doof. Irritierend. Aber okay. Dann halt nicht, ne? So. Ich weiß, dass hier irgendwo ein versteckter Tunnel war, aber ich weiß gar nicht, wo der war. In den würde ich gerne rein. Wo war der denn? Ich habe keine Ahnung. Wo war der? Ich glaube, war der unter der Plattform? Ich weiß es nicht. Hm. Ja gut. Da war der hier... Nee. Sieht nicht so aus. Okay. Dann würde ich sagen, lass ich das einfach. Ich habe keine Ahnung, wie man das Event hier macht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Und... Ja. Ich weiß es nicht. Dann machen wir weiter mit den anderen Dungeon-Pfaden und bla. Bis dann. Und... Bye, bye! Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020